Das ist er, der DKW F102. Diesen serienmäßigen Wagen hat ein neutrales Team von Fachleuten unter extremsten Bedingungen getestet. Die vom Berg angegebene Spitzengeschwindigkeit von 135 Stundenkilometern wurde bereits beim ersten Fahrversuch auf der Autobahn überschritten. Der Tacho zeigte gute 139 Stundenkilometer. Der F102, der neue, der große DKW. Ein Wagen mit vielen Neuerungen und Verbesserungen. Wartungsfrei, versiegeltes Kühlsystem. Der große DKW. Ein repräsentativer Kompaktwagen mit viel Platz und eleganten Möblieren. Kunststoff, Sky, alles solide und geschmackvoll. Und alles serienmäßig. Viel Platz auch im Kofferraum. Ein Auto für die ganze Familie. DKW F102. Eine echte Formel des Fortschritts.